ja hey willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt play king nummer zwei feindl makes jetzt folge haben wir als atlantiker besucht an einem musical teilgenommen weil warum nicht und jetzt sind wir in port royal die welt von fluch der karibik wir haben wir piraten getroffen die voll die zombies sind william turner haben wir geholfen seine rolle hier zu retten elisabeth genau meinen namen schon gesagt hier ich glaube ja und ja wir müssen wir noch weiterhelfen deswegen müssen wir ja durch zum hafen was da kann man ja ich oder links hingehen können ich glaube ja Mist too late nee those pirates kidnapped miss one and took her to their ship now they say it and I'll never be able to find her then she's long gone black pearl is nigh uncatchable best find yourself another girl mates you what are you doing about the interceptor she's off limits to civilians ah fortunate that I'm going to commandeer her then to make a fine pirate ship a pirate huh captain Jack Sparrow if you please take me with you help me hunt down the black pearl save miss swan I got you out of that jail cell Sparrow do this and your debts repaid you'll have to win fair lady's heart alone mate I seen her proper dinner for me come on captain are you sure you can sailor all on your own you've a point there thanks spar captain star I'm sorry this is donald and goofy in there I'm going to turn there will be short for will you my imagine no doubt name for your father right yes well then mr. Turner you get us ready to make way I have some effects to liberate aye aye but hurry that's right you really want to be a pirate of course not die lügen was er erst also erst will in frage stellt aber nicht gesprechende ente und den entsprechenden laufenden hunden ok ja wegen donalds oder ich weiß nicht in der weisen von sauer was wenn ihr item wo es weg damit wenn du schild kann einmal gerade des items joink 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 noch mehr item sie ich nie benutzen werde muss die weisen von bisschen auf er will dies erst einmal 1 hat geht es noch nicht aber ich bin perfekt und ort weiß wo man die jahre will und zwar entschloss disney wo diese ganzen schatten durch auftauchen ich glaube ich habe eine aufgabe müssen jetzt machen rechte weiter ist uns bei bis 20 30 bereits zum auslaufen ja überhaupt aufgabe und wunderbar aufgehalten hallo plan Das ist nicht ein Trinket, Missy. Das ist Kursd-Azteck Gold. Eine von 882 identicalen Schäden, die in der Stone-Cheste zu Cortes selbst. Ich glaube gar nicht in ghost-Storien, Captain Barbosa. Das ist genau das, was ich dachte. Buried on an island of dead, but cannot be found except for those who know where it is. Find it we did. There be the chest, inside be the gold. And we took them all. We spend them and traded them and fritted them away on drink and food and pleasurable company. The more we gave them away, the more we came to realize drink would not satisfy and food turned to ash in our mouths. We are cursed men, Miss Turner. Compelled by greed we were, but now we are consumed by it. How very sad for you. There is one way we can end our curse. All the scattered pieces of the Aztec gold must be gathered and restored to the stone chest. And the blood of every soul who touched a piece of the treasure must be repaid. Miss Turner, For ten years we've searched every league of these waters, every town and village, praying on sailors and settlers alike. Eight hundred and eighty-one pieces we found, but despaired of ever finding the last. All those years you've been safe in your bed, reading your pirate stories, dreaming of adventures in the high seas. We've endured torments worse than death itself. But now, thanks to you, we have the final peace, at last. When this medallion is restored to the chest, we'll be free to roam the seas as men. No longer will we be ghosts. And the blood that's to be repaid? That's right. There's no sense to be killing you. Yet. I think she's got one to one together. You see? The moon light shows us for what we really are. We're not among the living. And so we cannot die. But neither are we dead. I've suffered too long. You'd best start believing in ghost stories, Miss Turner. For you see tonight, you're in one. Hehehehehe. Oh, yeah. Das hat mich viel. Oh, okay. Wie alt ist denn der Typ und seine Kuh dann? Wenn die so leid sind, also unsterblich. Ich bin auf den ersten Blick nicht so schlimm. Außer wenn man es dann satt hat. So, mach weiter. Ich wollte der Blackpool hinterher oder lange genug mit dem Palabra los geht's. In Seele stechen. Na klar. Ah. Oh, nee. Nein. Kannst du es machen? Mir ist ein Verschwendung jetzt die Dingens einsetzen, glaube ich. und damit er kann sich schlecht abschätzen weil ich die weisen form einsetzen sollte um zu leveln hat und halt gibt es schon ein ab jetzt auf dem schiff ist ja matrose haben seid ihr so auf diesen kompass fixiert dieser kompass wird uns zur eile dem mord aufhören wenn wir auch immer mal das ausspricht dort ist auch dieser barbossa unterwegs klar soweit woher weißt du das nun mein freund ja und ich hatten es einst auf einen schatz aufgesehen axel gold es war versteckt auf der eiler der mutter oder wie auch immer man das ausspricht aber er hinter ging mich und stahl mein schiff ist immer noch hinter diesen schatz her der schatz ist bereits sein und sein ist auch der fluch mit dem der schatz belegt war ich habe kein interesse an solch trügerischen luxus aber ich werde mit zurückkommen was mir gehört die blöcke wer gerade auf wie kurz die welten eigentlich sind welcher extrem kurz fällt der jungs wartet hier der junge muster turner und ich werden das frauen ein und befreien hey und was sollen wir hier machen natürlich das schiff beschützen diese aufgabe wird nur an den mutigsten piraten vergeben alles klar bisschen wie sie gut beschützt wollen wir ich hätte er wollte uns nur nicht dabei haben und du bist darauf eingegangen bleiben die zweite nur sie das nicht wirklich ganz schön zeit dann kann man dagegen ist dann müssen dort auch herzlos sein jack will sie nicht will es nicht gewöhnt jack und will sind es nicht gewöhnt gegen erster zu kämpfen wir sehen besser nach wie sie hat das hier schon wieder sinnlos macht ja irgendwie wenn ich bin ich irre ist ja auch noch silhouette oder ok mache also ok dachte ich habe das blut von jedem muss da zurückbezahlt werden jetzt hier berührt hat man fahr ich mich das jetzt erst und wir sind hier eine mutter wäre wenn man das auch spricht ja das ist blöd muss die helden vornehmen weil er können auch andere gegner auftauchen auch schon jeder schlag zählt wortwörtlich abwerkraft von ap ganz schnell rüber später hat das lässt ja später was hat er noch so geht na jetzt kommt noch ein katz was passiert man wo ist jack ich meine captain jack sparrow und sagt dass jemand was in dieser welt ist ja da 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 machst du zum ja aber ich habe die schläge aus hier die nix machen wir oder nicht ich kann ihn nur in dem bereich töten weil hier der mond ist also noch ein jahr ich kann noch weiter ich wollte gerade zuschlagen man noch viel länger kämpfen können mein gott durch zwei minuten ausmachen können da war es der pirat hallo wo ist jack tja zeugs halt nicht mehr und jetzt wird der blöde werden wir uns von dieser kürze so wie das zum beispiel war das paddel er will du idiot begann das erste mal ist mit blutsehenden kinder mal hat es sieht aus wie ketchup Schock. Warum sagt sie das so fast? Nein. Warum ist das eigentlich so schlimm wie aufzuhalten? Was ist das denn im Fluch? Ich meine, das ist ja auch tödbar. Hallo? Ich musste das tun. Mein Gott weiß nicht. Donut los. Nur als beim Zündere Modus. Schick ist kein Pirat wie im Abenteuer Geschichten. Den echten darf man auf keinen Fall trauen. Alle dem Muertar, wie auch immer man das ausspricht, erhalten. Also Karte. Wie weit sind wir denn schon mit der LV? Wir hatten irgendwann mit 200. 100. Geil. Sehr gut. Sollten wir zurück nach Port Royal sollten wir in Sicherheit sein. Okay. Ist doch nicht so kurz. Die Welt habe ich das Gefühl. Komm wieder. Angreifer. Haben wir Idee. Ich tue mal abusen. Obwohl, das geht jetzt nicht mehr. Komm mal hier rein. Klappt aber nicht. Wurff. Ich werde noch auf der Winne. Be bliver in Sicherheit. Oh. Verabschied. Da tut ihr jeder. Treffer aussehen. Na schadet. Sehr gut. Wie geil es aussieht. Wir waren wir der Helden vorhanden. Fantastic. Ich hab das viele Mal dabei bin. einfach alles zu klein als sagen ich bin entschuldigung warum hast du es genommen? weil ich Angst habe, dass du eine Pirate wäre das wäre schrecklich natürlich nicht du siehst? es war nicht dein Blut, es war mein Vater all dieses Blut mein Blut Blut von einem Piraten ok also sein Vater war ein Pirat das ist I'm awesome. What do you say to that? Seeing as how the black pearl's mine now, Jack, netting your gold doesn't seem to fall within my interest. Odd, I'm not actually concerned with your interest. Give me back the pearl! Alright, lock him in the brig. We're coming up on the interceptor. What do we do, Captain? What do you think, you idiot? Pirate-Zeugs. I'm not. Komm! Na los! In the interceptor is coming from the shadow. In Final Fantasy VI. Sein Hund ist zwar so. He's got rüber geflogen. Go! Du was Goofy sagt. Der hat Ahnung. Haben wir hier was anderes gemacht? Der scheint irgendwie so untypisch vor uns. auslos. Piratenschlacht! De, 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 de! Sieg an Piraten und beschützt das Media Lion! Ja, natürlich! Nein, wird das Media Lion. ho 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 schlitz werden hat mir da ja hallo wissen dass da einer von euch hat gerade du komm her jawohl komme bloß mit der junge verdammt er da schnauze ich weiß nicht mal irgendwas bringt aber du damit nein der verteilt die davon ab irgendwie kanonen zu schießen oder was mit dem los also der ganz schön artnäckig schlägt das habe ich doch mal wieder helden vor und schon wieder du bist der letzte ich hoffe jeder trifft erzählt hier das ist doch mal ein kampf hier kommen wir mal mehr sehr gut jetzt ist doch fast wie ein basskampf hier hallo das hat mir ja ich habe mir geholt was machst du jetzt ich noch mehr gegner kommen schönes leveling hier da sei es irgendwas falsch mache umso besser warum immer mehr gegner das ist sehr bedankehren das war keiner mehr ja gott und endlich also endlich noch viel länger weitermachen können aber okay man kann die elisabeth man haben die elisabeth gefangen ehrlich man kann die in der reihenfolge es war noch mal ein gefangene der hat auch schon wieder ein piraten die spiel nicht fair wir können sie nur gute arbeit wer hätte gedacht dass das so einfach werden würde wasser ihr seid ein fein klingen das war das letzte mal dass ich mich einem piraten vertraue die probefässer sind bald captain dann sage ich leb wohl was machen wir jetzt in die luft fliegen werden wir haben sich abmüden partner ein pirat weiß wann es zeit ist aufzugeben ist das dein ernst check captain jack nun ein durchschnittspirat zumindest wir müssen uns als erstes um das schief pulver kümmern ich werde schiff auf keinen fall verlieren ich habe immer noch nicht vor piraten wieder zu vertrauen schlau von ihr junge wie gesagt war der überhaupt getan damit ihm nicht vertraut wie jetzt hallo da luft spieler hat war das macht so schnell und siegner löst wir bei attacken aus ich weiß jetzt nicht mehr welche attacken an die speichern noch eine abkommende plus ne lege mehr an und die zahlen haben aber plus habe ich noch nie so gern benutzt kann ich jetzt speichern sehr gut so mit geile musik die 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 gut dann wird ja hier erstmal den pappel enden wir sind es hat mir letztes beginnt nochmal zwei feine jetzt bin habe ich schon sagt tschüss jetzt ist das nächste folge